Weiter geht's bei City Skylines in der Realistic Population Modification Stadt. Deswegen bewertet ihr den Part und viel Spaß. Wir bauen eine Stadt mit realistischeren Einwohnerzahlen in Gebäuden und dadurch bekommen wir auch viel, viel mehr Einwohner und unsere Verkehrsmittel werden auch viel, viel krasser ausgelastet. Deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen mega krassen Doppel-Dreifach-Bahnhof gebaut. Das wird sich allerdings erst mal zeigen, wenn wir genug Einwohner haben. Wir haben jetzt gerade mal 9000 so um den Dreh und das ist halt noch relativ wenig. Aber dann geht's halt ab und viele sagen auch, kannst du Motorrail bauen, kannst du Bus bauen, bau doch die Sachen, die in der jeweiligen Region gut sind. Wir haben letztes Mal bei der letzten Stadt, die auch diese Modifikation beinhaltet hat, haben wir einen Busbahnhof gebaut. Den musste ich nachher abreißen, weil da einfach viel zu viele Leute waren. Also wir müssen wirklich Sachen nehmen, wo ordentlich Passagiere reinpassen, wie zum Beispiel Züge oder halt U-Bahn und was haben wir noch? Ich glaube, Motorrail nicht. Vielleicht werden wir so das eine oder andere Verkehrsmittel so ein bisschen in der Vorstadt bauen, wenn wir so ein bisschen außerhalb bauen. Da könnte man eventuell ein paar Busse oder ein paar Straßenbahnen reinbauen. Aber so Innenstadt und so ist komplett abzuraten. Und da fällt mir gerade noch was ein, was ich vergessen hatte, wo wir gerade bei anderen Bussen und Hassen nicht gesehen sind. Wir haben hier nämlich noch nicht den großen Zug. Und zwar die große Zuglinie mit 680 Einwohner oder Kapazität. Und das ist, by the way, Rails of Japan war das, glaube ich. Und die anderen, und das hier auch noch. Und die anderen hier oben, die gibt es halt in so einem, ich weiß gar nicht, Vehicle Pack hieß das, glaube ich. Da müsst ihr mal reingucken. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr relativ günstig die DLCs, teilweise für 2, 3 Euro. Einfach mal zuschlagen. Und manche haben da auch richtig zugeschlagen. Und tut mir noch einen Gefallen, markiert euch den Link am besten als Favorit. Dann bin ich da auch immer drin, zahle da nicht mehr. Aber ich bin halt, ne? Wisst ihr Bescheid. So, wo wir jetzt schon mal dabei sind. Wir reduzieren. Ah, ist jetzt nur noch auf einen Zug, ne? Gerade waren zwei Züge, was viel zu viel ist. Aber guck mal, selbst bei dieser niedrigen Einwohnerzahlen fahren damit schon mehr als bei Cities 2. Und was auch blöd ist, bei Cities 2 hat der ganze Verkehr gar keinen Einfluss da drauf. Also, was ich damit sagen wollte, ihr baut super viele Nahverkehrs- und Fernverkehrssachen. Und wenn ihr die mal löscht, dann habt ihr nicht mehr Verkehr. Und dann Stau auf einmal, weil ja alle da mit dem Auto fahren müssen. Es ändert sich noch nichts. Aber vielleicht mit dem Patch von Letzema. Da müssen wir nochmal ein bisschen gucken. So, und hier auch nochmal ganz kurz. Ich weiß, ich erkläre gerade viel, aber manche Sachen sind halt wichtig, by the way. Ihr wisst, die Gebäude sind immer weggeploppt. Die Frage war, warum sind die weggeploppt? Ist relativ easy, passt auf. Ihr könnt Stadtteile setzen für Fußgängerzone und für normale und könnt dann hergehen und sagen, passt auf, ich hätte gerne in dem Gebiet Wand-an-Wand-Gebäude, dann hier die Wand-an-Wand-Gebäude und die. Das Problem ist nur, dass der hier Vorrecht hat oder die Map an sich. Also die Map an sich sagt dann, passt auf, die Gebäude, die will ich gar nicht und löscht die dann wieder. Also ihr dürft das nicht in das Fußgängerzonengebiet setzen, ganz wichtiges Ding, sondern ihr müsst da drunter einen Stadtteil setzen und da die Sachen reinmachen. Sonst passiert das, was mir passiert ist, die ganzen Sachen ploppen einfach weg. Also das hat Vorrecht, beziehungsweise die Map hat Vorrecht und wenn die Map sagt, hör mal, da sollen keine Wand-an-Wand-Gebäude hin, dann wird das halt immer nach dem Bau direkt gelöscht. Und deswegen ganz wichtiges Ding, erst die Fußgängerzone setzen oder erst das hier und dann die Sachen da reindrücken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich absichtlich. Also ich habe jetzt hier zwei Gebiete, wie man sehen kann. Muss ich auch noch benennen, by the way. Und das eine ist halt der Stadtteil und das andere ist die Fußgängerzone. Und im Stadtteil müsst ihr sagen, Wand-an-Wand-Gebäude, dann bleiben die auch stehen. So, jetzt haben wir das abgehakt. Industriegebiet, Industriemittel, habe ich hier schon angelegt, auch ein Stadtteil gesetzt, richtig gut. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das so akkurat hinbekommt, dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da, dann mache ich da zu Wochenende mal einen Short. Wie ihr das wirklich so exakt hinbekommt. Ganz wichtiges Ding, gerade die Linie hier, das ist ja super interessant, oder? Komm, die ist doch geil. Und da fällt mir gerade ein, die Straßen sind nicht so lang wie die. Das muss weg. Die müssen eindeutig weg. So, warte. Dann sind wir auf der Höhe da hinten. Und hier ist auch eine kleine Besonderheit drin in dem Gebiet. Ich habe zum Beispiel immer diese zweispurigen genommen. Aber an großen Kreuzungen, wie zum Beispiel hier, habe ich diese vierspurigen Straßen genommen. Und dadurch hat man dann mehr Abbiegespuren, was eigentlich ganz cool ist. Das werde ich, glaube ich, jetzt hier auch machen. Weil das ist, äh... Warum nicht? Machen wir einfach mal so. Weil das ist, glaube ich, sehr stark befahren, ne? Auch in die Richtung zur Hauptstraße, dass die Leute sich da schon mal einordnen können. So, alle sind halt nicht davon betroffen, aber manche schon. Okay, Industriemitte. Da wollte ich jetzt hier in dem Bereich auf jeden Fall erstmal eine Müllanlage haben. Bin mal gespannt, ob wir das Große setzen können. Ja, das Große können wir setzen. Sehr cool. Das passt nämlich perfekt hier hin. Machen wir genau an die Kante. Ja, sehr gut. Und die Straße endet auch genau passend. So, das ist jetzt schon mal hier. Da kann man dann später vielleicht noch irgendwas hinbauen, wie zum Beispiel, look at this. Weil viele haben sich auch gewünscht, dass wir bei der Stadt ein bisschen mehr dekorieren. Und das kann man alleine schon, indem man, keine Ahnung, genau, Barrel kann man machen. Man kann, ähm, Container, kann man da zum Beispiel hinstellen. Geht auf einzeln. Und dann kann man hier wirklich, warte, welche Seite haben wir? So ein bisschen mehr designen und auch individuelle alles ein bisschen gestalten. So ein bisschen Entsorgungshof-mäßig hier, ne? Sondern hier noch ein paar Container von mir aus hin. Das ist auch geil mit den Farben eigentlich, ne? Haben wir noch ein paar Postcontainer haben wir noch. Können wir uns einfach hier so an die Wand stellen. Müll haben wir bestimmt auch noch. Haben wir Müll? Haben wir Trash? Oh, warte, ist das denn? Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach nein, ich war nicht in einem Suchfeld, da habe ich irgendwelche Sachen gedrückt. T-A-R-Trash. Äh, hier, guck mal, da kann man noch ein bisschen Müll hinmachen. Wie so ein Sperrmüllhaufen, Kinder, ne? So, und dann habt ihr schon alleine, oh mein Gott, was war das? Irgendein Telefon ging hier gerade. Dann habt ihr schon alleine dadurch ein komplett anderes Bild. Klar ist das jetzt hier ein bisschen blöd mit der Kante. Da kann man jetzt nochmal hergehen und, sag ich mal, die Zäune von Industry nehmen. Warte, kurz, 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 da. Industrie, wir nehmen hier diese wunderschönen Zäune. Oh, WTF, wir haben gar kein Geld mehr. Was ist passiert, Peter? Hä? War das so teuer, oder was? Oh mein Gott, was haben wir getan? Okay, wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Ich meine, wir machen ja Plus, aber wir, ne? Das ist okay. Denk nicht drüber nach. Peter hat die Kohle. Was ist das denn für ein Zaun? Ne, Ölindustrie-Zaun wollen wir nicht. Der soll zu sein. Wo ist der denn jetzt? Ich glaube, Erzindustrie war es. Warte. Ja, sehr gut. Ja, ich weiß, dass die Kante noch zugenommen ist, jetzt auch nicht. Die Bäume drehen sich von der... Die Bäume drehen sich von alleine. Ist das der Knopf? Der ist es. Einfach, damit die immer eine komplett andere Stellung haben. Automatisch. Je nachdem, wo man die hinbaut. Weißt du? Das ist irgendeine Mod. Schreibt die ganz gerne mal rein, wenn er die kennt. Dann kenne ich die auch. So, warte. Den Müll haben die aber hier hingepackt. Einen total blöd, ne? Also das ist ja wirklich so manchmal. Dann sind da... So wie Papiercontainer. Das finde ich so krass. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Zehnmal habe ich das schon erzählt. Pass auf. Papiercontainer, alle nebeneinander, alle wirken voll. Peter steigt aus, hat das ganze Auto voll Pappe. Und Peter sagt immer, also ich bin Peter übrigens, das ist keine Sache der Füllmenge bei solch einem Papiercontainer, sondern der Motivation. Wir haben keinen Strom, kein Bild, kein Ton. Ich komme schon. Und da habe ich mich dann hingestellt und alles klein und reingepresst. Und dann kommt so ein anderes Auto, sagt, Oh, die sind ja voll, ne? Und schmeißt deinen Müll einfach zwischen die Container. Und haut ab. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich das nochmal sehe, Alter. Wenn ich das nochmal sehe, dann gehe ich einfach her, nimm seinen Müll, da stehen ja meist immer Adresse drauf, weil da überall ein paar, ähm, keine Ahnung, Amazon-Kartons sind und so. Dann fahre ich das bei dem einfach vor die Tür wieder und stelle das da hin. Was meinst du, wie der guckt? Wenn er auf einmal seinen Müll da hat und dann ist er auf einmal, hä, den habe ich ja gerade weggebracht. Und, äh, das mache ich. Stelle dich einfach vor der Tür und hau wieder ab. Ich muss ja nicht anstellen oder so. Also, ich, äh, keine Ahnung. Geh Sneaker hin, schmeiß das schnell hin und fahr weg. Stell seinen Namen drauf. Ist ja cool. So, aber sowas ist ja echt dreist. So, modernes Kohlekraftwerk. Und dadurch das Gelaber habe ich jetzt ein bisschen überbrückt hier. Guck. Zack. Wenn ihr mal habt, habe ich auch gelesen in den Kommentaren, mein Kraftwerk hat keinen Kraftstoff zum Beispiel. Oh, geiles Wortspiel, ne? Dann kann es daran liegen, dass, äh, es keine gute Anbindung hat. Weil es muss beliefert werden durch Straßen. Und wenn ihr maximal Stau habt, dann habt ihr keine gute Anbindung. Ähm, und dann müsst ihr da was machen. So, wir nehmen jetzt hier mal ganz kurz industrielle Revolution. Wenn wir Glück haben, sind hier die modernen Gebäude drin. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. So, hier soll ja ein sogenannte Industriegebiet hin. Ist ja alles dafür schon ausgezeichnet worden. So. Die Nachfrage ist nicht mehr da. Die war doch gerade Maximum. Okay, Maximum wahrscheinlich nicht. Aber die war schon relativ hoch. Wir werden jetzt hier nach und nach die Sachen wegnehmen. Also so, ooooh. Die brauchen Arbeitsplätze. Ähm, da machen wir auch ein paar Wohngebiete hin. So, Industriemitte. Und da auch noch. E-Leiste noch nicht. Da fällt mir auch gerade etwas auf. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Wegen. Und hier sind keine Wege. Warte. So, keine Wege. Keine mehr. Da machen wir nachher auch einen Gang rüber. Und wir können auch später vielleicht noch einen Gang in das Viertel da machen. Das ist hier finde ich besonders cool, weil das so eine Ecke ist. So sneaky. Mit ein bisschen Deko davor. Das ist doch geil, oder? Also mal ein bisschen was außerhalb der, ähm, Komfortzone. Machen wir hier eh ein bisschen mehr. Manche fanden es auch sehr, sehr schön in der, ähm, letzten Stadt mit der Modifikation. Wenn man dann mal so ein paar Sachen gemacht hatte. Das war auf jeden Fall schon nice. So, das, das, das. Und natürlich auch herzlich willkommen an allen neuen Abonnenten. Letztens auch wieder ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ein paar Kommentare bekommen. Also wenn ihr gerade relativ neu seid, herzlich willkommen. Schreibt ganz gerne mal, wie ihr mich gefunden habt. Können natürlich die alten auch machen. Damit meine ich nicht euer Alter, ne? Nochmal ganz kurz dazu. Und, ähm, wie gesagt, das ist ein wunderschönes Industriegebiet. Sollen wir hier schon mal eine U-Bahn-Haltestelle setzen? Können wir nicht, oder? Doch, können wir wohl. Eine unterirdische Bahnstation. Weil ich glaube, der Zug hält hier nicht. Der Zug hält in Stadtteilen. Und aus diesen Stadtteilen fahren dann die U-Bahn. Jemand hat auch eine Idee, wo die beiden U-Bahnen hinfahren sollen. Und zwar soll das dann quasi so, dass die U-Bahn zum Flughafen sein. Oder zum megakrassen Park. Zum Stadion. Zum Museum. Also zu, zu großen Plätzen, wo irgendwas Geiles ist. Fußballsteine werden wir auch haben. Und das können wir eigentlich machen. Einer Flughafen, einer Zug, äh, einer Stadion. Und dann haben wir hier noch so ein Sechser-Ding, was in alle Richtungen geht. Und dann schauen wir einfach mal. So. Wir machen das hier vorne mal an der Hauptstraße. Und da ist mir etwas aufgefallen. Warte, wir machen so lange aus, dann kostet das auch nix. Ihr wisst, wir haben Geldmangel. Oh, sollen wir die Börse bauen? Oh. Ein bisschen Spekulatius machen. Ähm, warte. Kurz überlegen. Gerade ein Hänger. Ladezeit im Kopf. Ähm, wir nehmen mal ganz kurz die Straße hier. Ne, gar nicht. Wir nehmen die Straße. Und machen die Seiten aus. Das ist auch ein Knopf, der kam super spät. In Cityscanard 1 rein. Super spät. Eins der letzten Updates. Wurde aber leider nicht in zwei übernommen. Das finde ich sehr traurig. So, wir machen jetzt hier vorne. Achtet drauf. Machen wir das hier hin? Ja. Wir haben jetzt hier vorne diese Gebiete weggenommen. Dadurch haben die sich vorne besser gesetzt. Und das machen wir hier auch mal ganz kurz. So. Sieht dann hier in dem Bereich schön aus, weil man dann eine Linie hat, mit der man dann arbeiten kann. Darf man nur nicht vergessen, wieder wegzumachen, weil sonst wundert ihr euch, hey, was sind das für Straßen? Und dann sieht das alles ein bisschen komisch aus. So, hier entsteht noch keine Industrie, weil wir brauchen Einwohner. Gut, dass ich ein geiles Industriegebiet gebaut habe im Offscreen. Hey. Ach nee, ich habe eine Mod drauf, dass die Gebäude nicht wegploppen, wenn man sich mal, ne? Das ist eigentlich gut. Viele kennen es. Man macht, ähm, oder baut so ein bisschen den Untergrund um oder macht hin und her und das Gebäude ploppt instant weg. Und das ist eigentlich gut, dass das nicht mehr passiert. So. Ja, war ein bisschen mehr als gedacht. Aber es ist schlimm. Machen wir bis hier. Ja, hier vorne ist auch noch ein Verbrenner. Ich weiß gar nicht, ob wir die großen Verbrenner haben. Glaube nicht. Die müsste ich mal aus dem Workshop nochmal laden. Das hatten wir auch bei der letzten Stadt. Oder gibt es hier auch einen Verbrenner? Umstrittene Gebäude werden klinisch Tote so lange aufbewahrt. Das ist auch geil. Das gibt es auch in echt. Medizinisches Labor. Allgemeinkrankenhaus. Schönheitsklinik. Krematorium. Gedenkpark. Ne, ich glaube nicht, ne? Kapazität 200. Das ist halt zu wenig für so eine Stadt. Weil hier passen 105 rein. Lassen wir erstmal da, wo es ist. Oder? Ja, doch. Wir haben jetzt hier keine Verbindung. Also müssen wir auch relativ fix machen, dass wir hier die Straße mal anbinden. Und dann schauen wir mal. Und das können wir mal versetzen. Das ist unsere Wasseraufbereitungsanlage. Oh mein Gott, da ist alles verseucht. Oh nee. Könnte man wirklich auch hier machen, ne? Gibt es auch eine größere? Weil das ist, glaube ich, nur eine Inlandwasseraufbereitungsanlage. Die gibt es, glaube ich, auch ein bisschen brutaler. Öko-Rad-Inlandwasseraufbereitungsanlage. Das ist jetzt wieder die Sache. Was lohnt sich mehr? Was ist teurer? 160.000 Kubikmeter. 560? 160.000 Kubikmeter. 640. Das ist eine moderne. Verschmutzung 20. Verschmutzung 7. Ja, eigentlich ist das doch viel besser, oder? Ah, die braucht dreimal so viel Strom. Ah, jetzt bin ich... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. Nehmen wir denn jetzt. Oh, die ist ja viel größer. Ach nee. Die Straße will ich jetzt nicht vorsetzen, nur damit das da hinpasst. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann nehmen wir erstmal eine kleine. So, nehmen die weg. Ja. Kann man machen. Hier könnte man eventuell auch so eine kleine Baumreihe machen. Ich meine, warum soll es im Industriegebiet keine Bäume geben, ne? Also klar, CD-Scalade 1 ist alles lila und die Bäume sind einfach nur noch Äste. Und dann sagt man, bei Teil 1 hat viel besser aus. Aber die haben wahrscheinlich vergessen, wie es aussah. So, ähm... Genau. Das ist soweit gut. Das haben wir fertig. Das läuft auch. Das wächst auch mit der Zeit weiter. Da kommt unser großer Bahnhof hin. Hier ist auch schon am wuseln. Das mag ich. Fährt hier mittlerweile einer? Nein, da fährt immer noch keiner mit. Ähm... Wir machen hier auch mal... Büros jetzt nicht unbedingt. Wobei Wohn... Wohngebiete lohnt... Lohnt sich hier schon Wohngebiete? Oder meckern die hier? Wir machen hier auch mal Wohngebiete rein. Einfach so ein Block. Ich meine, wenn du in der Stadt wohnst, darfst du dich nicht wundern, wenn laut ist, ne? Also darfst du dich schon? So wie manche, die an einem Stadion hinziehen und dann sagen, boah, das ist voll laut. So, da denke ich mir auch immer so, ja. Ja. Klingt logisch. Überraschend. Gibt ja auch wirklich Leute, die dann, keine Ahnung, dagegen geklagt haben, zum Beispiel, ne? Aber da fand ich den Richter ein guter, der einfach gesagt hat so, ja, das hätte man sich auch vorher überlegen müssen. Ja, da haben wir hier die Ecke. Und da machen wir jetzt irgendwie noch einen Park oder so hin. Ein Erholungspark. So klein. Ein bisschen lang. Auch ein bisschen lang. Das ist ein Touristenpark. Hier, das passt doch super gut. Obwohl ein Restaurant mit Bürgersteig im Hof ist auch blöd, ne? Ja, moin. Dann, wo haben wir den? Hier? Platz mit Bäumen. Das ist doch schön neutral. Ja, mögen alle. Top. Hier auch nochmal ein paar Gebäude hin. Zack. Warte, hier nicht. Und hier noch. Jetzt können wir da noch ein paar Häuser und ein paar Bäume hinmachen. Häuser und ein paar Bäume, sehr gut. Da wohnen auch 15 Haushalte drin. 2, 3, 23. Also gerade hier in den großen Häusern ist insane, ne? 15, 28. Da, 64. Das ist schon sehr, sehr krass. Und wir müssen eventuell mal Green Cities mit einbauen, weil das sind ja auch nochmal ganz andere Gebäude. Wir haben in diesem Projekt jetzt keine Altstadt mehr so richtig, wie wir das in dem anderen hatten. Dafür haben wir halt diese normaler, normaleren Gebäude. Aber Green Cities Gebäude können wir auch bald hinbauen noch. Ach, hier ist gar keine Straße. Hat mich gewohnt, warum hier keiner wohnt. Belebter Eckladen. Drogerie 2.0. Aber krass, da sieht man schon mittlerweile. Immer noch Null. Hallo? Er hält einfach nicht. Das war ein Güterzug? Ja, was ist denn hier los? Aber irgendwann hält da doch bestimmt mal einer, oder? Warte, da kommt der Nächste. Ach doch, der Held. Ja, warum steht denn da Null? Guck mal, jetzt laufen die da alle raus. Das ist ja mega geil. Pass auf. Laufen wir einmal im Kreis, weil die denken, oh scheiße, wo sind wir denn? Verteilen sich dann. Laufen wir natürlich durch den Busch. Schön. Okay, wir müssen die Gebüsche leider weg. Das ist ja super scheiße. Warte. Aber ihr seht gerade, was passiert, oder? Wir haben 10.000 Einwohner. Ja, tschüss. Die laufen überall da am Rand entlang. Das ist ja super blöd. Also da, wo viele herlaufen, werden wir leider keine Bäume haben. Und jetzt stellt euch mal vor, die Stadt ist aktiv. Beide Seiten sind da. Das wird ja so krass. Wie viele Autos hier einfach herfahren, ne? Okay. Na gut, wir werden jetzt hier vielleicht nochmal ein neues Grid anlegen. Und dieses Grid werden wir dann nächste Woche befüllen. Wir haben heute einiges geschafft. Ich habe euch erklärt, warum die Gebäude immer weggeploppt sind. Hier haben wir ein neues Industriegebiet gebaut. Die Gebäude gefallen mir noch nicht. Aber ich glaube, auf höchster Stufe sehen die geil aus. Wenn nicht, werden wir die nochmal entfernen und normale Industriegebäude bauen. Weil die sehen dann wiederum besser aus, als hier diese Klinkerstein, Klinkenstein, Klinken, egal, Backsteingebäude. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen geplant, ein bisschen geredet und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von, ah ja, und wir hatten kein Geld, ne? Kommt auch noch dazu. City Skyland 1. Und wir haben ein bisschen dekoriert. Schreibt rein, wer das findet. Tschüss.